Liebe Delegierte, Moin, mein Name ist Karin Prien, ich bin verheiratet, habe drei Söhne. Seit 1981 engagiere ich mich in der CDU und mein Herz schlägt für die Bildung. Heute bin ich stellvertretende Landesvorsitzende und Kultusministerin in Schleswig-Holstein, Vorsitzende des Bundesfachausschusses Bildung und Sprecherin des Jüdischen Forums. Worauf kommt es an in dieser Zeit? Auf Zusammenarbeit und Kooperation, auf allen Ebenen. Das gilt vor allem auch für die Bildungspolitik. Ich möchte mich im Bundesvorstand dafür einsetzen, dass wir den Bildungsföderalismus weiterentwickeln und das gilt nicht nur für die Digitalisierung. Dafür werbe ich um Ihre Stimme.